Schaubefehl wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, eurem allerliebsten Podcast mit obskuren Filmen und Filmgegenüberstellungen. Und ich bin wie immer der André und bei mir ist natürlich der gute Matze. Guten Tag. Hallihallo. Wie geht es dir? Ja, zwei Wochen Urlaub sind um. Das war tatsächlich mal ganz angenehm. Kann man machen. Ja, in der ersten Woche so ein bisschen Geburtstag gehabt und gefeiert. So ein bisschen Geburtstag. Ein kleines bisschen Geburtstag. Ich würde eigentlich sagen Geburtstag vorbereitet, weil das war auch echt eine Menge Aufwand. Aber was ja auch da hat sich gelohnt. Kann ich bezeugen. Und dann in der zweiten Woche ein bisschen Urlaub an der Nordsee gemacht. Abseits von gefühlt jeglicher modernen Technologie. Also ähnlich wie deine Übergangszeit. Ja, richtig. Nein, noch schon ein bisschen schöner, weil es ist ja immer so ein bisschen blöd, wenn man in einen Ort kommt und sich das auf den Landenkader anguckt. Ach so, das ist ja schön, ziemlich nah am Wasser. Das passt schon. Und dann geht man so auf den Deich und sieht so, ah ja, guck mal, der Strand ist vier Kilometer entfernt. Da gehen wir mal zu Fuß. Ja, das stimmt. Aber war trotzdem schön. Ja, das klingt doch sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Und bei dir, André, wie ist es dir ergangen? Fängst du schon wieder an? Nein. Die sexuelle Radiostimme. Ach so. Bei mir ist alles gut. Ich habe jetzt einen neuen Jobjahr angefangen am 1. August und ja, groove mich da so ein bisschen ein. Aber ja, alles so weit gediegen, außer dass in zwei Wochen schon Gamescom ist und ich da arbeitstechnisch unterwegs sein werde. Und das jetzt heißt, ich starte natürlich wieder voll im Messevorbereiten. Also wenn schon, dann richtig. Genau, wobei es geht. Es ist jetzt nicht so super dramatisch alles. Aber ja, nö, das ist so gerade, aber alles easy. Hatte auch seit zwei Wochen frei davor. Auch mal ganz gut. Ja. Hast du auch eine ganze Menge an Filmen gesehen, wie man bei der Tabox stehen kann? Ich war fleißig. Ich glaube, ich habe so irgendwie um die 25 Filme geguckt. Ich glaube sogar mehr. Ich glaube sogar mehr, fast 30. Ich hatte ja mal im Juni, Ende Juni hatte ich ja mal so eine kurze Auswertung gemacht. Ich glaube, ich habe nur in Anführungszeichen 75 Filme gesehen. Oder das meiste halt für ein Schaubefehl gefühlt. Ja. Wenn man dann überlegt, okay, als du noch die Flatrate-Karte hattest, bist du im Jahr auf 100 Kinofilme gekommen ungefähr. Es ist schon ein bisschen strange. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, insgesamt bin ich jetzt irgendwie bei 237 oder so im Jahr jetzt bisher. Hm. Geht noch ein bisschen was. Ja. Dafür gucke ich ja auch, man guckt dann halt abends Serien irgendwie inzwischen. Ja, das stimmt. Ich gucke halt dafür weniger Serien. Das stimmt so insgesamt, ja. Und ich hätte nicht mit meiner Freundin Glee anfangen dürfen. Sechs Staffeln ist halt schon echt viel. Ja, das ist frustrierend sich auch an Zeit, ne? Ja. Aber wir müssen ja, ich muss irgendwann mit ihr auch noch Game of Thrones durchgucken. Ja, meinte sie, als die letzte Staffel ja losging, meinte sie, ja, bevor ich die gucke, will ich alles nochmal schauen. Und du so, hm. Ich habe halt bisher immer nur die erste Staffel gesehen. Also einmal dann. Hm. Von daher. Also ich habe da schon Bock drauf irgendwie. Aber es ist halt, so eine Folge geht halt auch einfach eine Stunde. Hm. Das ist halt lang, ja. Ja. Deswegen verstehe ich auch nicht, die Leute sagen, ich gucke viel lieber Serien, weil das kann ich mir viel besser einteilen. Nee, finde ich halt überhaupt nicht, genau. Ja, hast du halt trotzdem da ein Zeitinvestment von zehn Stunden pro Staffel. Ja, genau. Ja, eben. Ja. Das ist deswegen, also das verstehe ich auch immer nicht. Also klar. Deswegen, ich gucke meistens mal die Serienliebsten, die so snackable sind, so 30 Minuten Folgen irgendwie, ist halt super gut. Ich, ja, also sowas wie Sitcoms halt. Sitcoms oder Animes. Die letzte, die ich auf Netflix geguckt hatte, war hier diese How to Sell Drugs Online Fast. Hm. Diese neue deutsche Serie. Ist die auch so kurz? Genau. 25 Minuten pro Folge. Hm. Das sind nur sechs Folgen. Und es ging super gut durch. Und weil die auch echt cool, also sie ist sehr, sehr, sehr schnell paced so, geht echt, da gibt es keinerlei, ähm, keinerlei Hänger, keinerlei gestreckte Folgen. Haben sie auch keine Zeit für. Und das ist super, weil gefühlt bei vielen Netflix-Serien hast du auch so eins, zwei, drei Folgen sind mega spannend zum Einstieg. Dann kommt so mega der Hänger bis zu achten mit nur Füller-Kram. Und dann kommt die wieder, das Finale ist wieder spannend. Siehe die meisten Marvel-Netflix-Serien. Ja, wo ich mir denke, mach doch einfach weniger Folgen von mir aus, aber, oder mach die kürzer, aber streck da nicht so viel darum. Und das ist immer cool. Das mag ich dann, wenn dann wirklich so eine Serie so wirklich knackig, konntest du halt in dreinhalb Stunden, warst du durch mit der Staffel. War super gut. Und total Cliffhanger natürlich super drin. Und du wirst jetzt schon mehr haben. Also besser geht's ja eigentlich nicht. Ja, eben. Und wenn dann echt, wo ich dann schon sehe, so, also jetzt war ich jetzt, was ja so Anti-Binge war, war ja hier die Niklas Winding-Raven-Serie, ja. Einmal so Prime hier, die, ähm, Too Old To Die Young. Hab ich auch durchgeguckt tatsächlich, weil einfach der Stil das einfach auf mich so fasziniert hat. Aber da war halt eine Folge anderthalb Stunden, ne? Im Schnitt. Also ein paar, wenn man kürzer, mal länger. Ähm, aber im Schnitt so Spielfilmlänge pro Folge bei zehn Folgen. Da weiß ich auch nicht, ob ich da Bock drauf habe. Und das waren dann nachher auch so 13, 14 Stunden Zeit halt, ne? Für eine Serie halt. Und das halt mit so Geschwindigkeit von einem, von einem Drive, ne? Also das ist, muss man schon sehr viel Geduld haben. Aber wieder da fand ich jetzt halt den Stil und da hat mich jetzt alles zu sehr fasziniert, um es nicht zu gucken. Aber darauf immer, jetzt wie jeden Abend gefühlt eine neue Serie anfangen, ne. Irgendwie, das ist eine Frisse und irgendwie auch zu viel Zeit. Und die meisten wirklich, die meisten haben zu viele Hänger für mich. Da bleib ich nicht dran. Ich geb den meisten uns ein, zwei Folgen Chance. Und wenn sie mich da nicht komplett gecatcht haben, ist sie meistens auf. Deswegen hab ich ja dann, also deswegen hab man ja, hab ich dann meine Freundin, die halt sich hinsetzt und das wirklich einfach durchbincht. Ich hatte das jetzt auch neulich. Allerdings, als sie weg war, hab ich mir einfach nur zum Einschlafen im Grunde genommen erst mal ein Anime angemacht auf Netflix, Made in Abyss. Kann ich definitiv empfehlen. Nicht abschrecken lassen, dass es so knuffig aussieht. Das ist das überhaupt nicht. Also spätestens in der dritten Folge oder so, wenn ein Monster vorkommt, was die Stimmen seiner Opfer imitiert, um andere Leute anzulocken. Und das dann die Gedärme auffrisst. War gut. Ja, die Falle haben ja viele Animes. Oh. Ja, aber das ist, also ich kann dir gerne davon mal Figuren zeigen. Also es sieht super cute aus. Und dann wird gemetzelt. Ja. Also noch nicht mal viel gemetzelt, aber es ist halt wirklich ab, fuck. Okay. Es ist bunt, es sieht knuffig aus, aber es ist einfach super strange irgendwo. Aber sehr, sehr spannend. Also ich hab da Bock mehr von zu sehen. Vielleicht mal angucken. Ja. Wollen wir zu dem Film kommen? Ja, lass mal zum Topic kommen. Gut. Du fängst an heute. Richtig. Und ich möchte mit einem Zitat aus dem Film anfangen. Es ist wunderschön. Motherfuck, mother, mother, fuck, fuck. Wir sind explicit, oder? Wir sind explicit, oder? Ja. Fuck, fuck, fuck. Mother, mother, fuck. Mother, mother, fuck, fuck. Mother, fuck, mother, fuck. Noise, noise, noise. One, two, one, two, three, four. Noise, noise, noise. Smoking weed, smoking weed, he's doing coke, drinking beers. Drinking beers, beers, beers. Rolling fatty, smoking blunts. Who smokes the blunts? We smoke the blunts. Rolling buns and smoking. Und dann kamen da die Jungen an. Ja, da kann man die holen. Fifteen bucks, little man, put that shit in my hand. If that money doesn't show, then you owe me, owe me, owe. My jungle love. Ich hab Janet Sinebock schlagen zurück geguckt. Zeitwort. Definitiv. Ähm, es ist halt, also wenn das erste Wort von den Hauptfiguren fuck ist, weißt du ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, ich hatte den Film sehr, 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 sehr lange auf dem Schirm irgendwie. Äh, einfach weil, wir kommen wieder zurück zum Filmclub. Wir hatten damals dann eine Kevin-Smith-Reihe, wo wir drei Filme geguckt haben. Mhm. Das waren Clerks, Small Rats und Clerks 2. Mhm. Das müsste auch so um 2007 rum gewesen sein. Ähm, und ich war direkt hooked. Hatte richtig Bock auf, äh, Kevin Smith. Hab auch relativ viele Filme gesehen. Stimmt, du hast ja, also dieses Kevin-Smith-Universum. Ja, ich hab nochmal nachgeguckt. Welche mir fehlen, ist Chasing Amy. Mhm. Ähm, Jersey Girl. Die kenn ich auch nicht. Den gibt es auf Netflix. Ah, okay. Den muss ich nochmal reingucken irgendwie. Den hab ich auch nicht gesehen. Dann, darum bin ich, also das find ich okay, dass ich den nicht gesehen hab, Cop Out. Der mit Bruce Willis. Auch nicht gesehen. Und, ähm, Red State. Den hab ich angefangen und aufgehört, weil er so langweilig war. Aber vielleicht muss ich das nochmal wiederholen, ja. Aber die gehören nicht wirklich zu diesem Comedy-Universum. Nee, nee, überhaupt nicht. Es sind nur Kevin-Smith-Filme, aber zu diesem erweiterten Jaden-Style-Universum gehören der Chasing Amy, Clerks, die Clerks-Filme, Mallrats. Mallrats. Und Jersey Girl glaub ich auch, oder? Ähm, Jersey Girl nicht. Zumindest hab ich auch Referenzen glaub ich zumindest, oder? Nee. Ich hab ihn halt nicht gesehen. Also, ich weiß nicht, wie weit das... Ich mein, Jersey halt auch Referenzen auf die Filme. Aber ich bin, weiß nicht, hundertprozentig. Ja. Nee, und, äh, dementsprechend wusste ich ungefähr, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ich kannte Jaden... Ach, Dogma. Ja, Dogma natürlich, ja. Ja, und Dogma. Äh, ich kannte Jaden Silent Bob. Ähm, und, ja, ich... Also, für alle die, die Kevin-Smith nicht kennen, ähm, es ist ein Regisseur, der seinen ersten Film, Clerks, mit, ähm, unfassbar vielen Krediten gedreht hat. Den gibt es nur in Charles-Weiss, es gibt davon keine Synchronisation. Und das ist aber so ein Kulthit geworden, dass, ähm, Hollywood gesagt hat, okay, dem Kerl können wir Geld geben. Äh, Mallrats hat zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaub, das wollte ich noch mal nachgucken, den ersten Cameo von, ähm, überhaupt von... Stanley? Von Stanley. Müsste, ja. Auch unfassbar lustig. Ja. More Reds, äh, hab ich auch Ewigkeiten nicht gesehen mit mir in der Zeit. Gibt's auch in Deutsch, bis heute nicht auf Blu-ray, soweit ich weiß. Ich meine, da gibt's nur in der DVD. Ja. Wobei, hab ich nicht die Blu-ray auf der Dingster? Auf meiner Wunschliste? Naja. Ähm. Ich meine, es gibt nur in der UK. Und hat sich halt so einen gewissen, ähm, ja, Kultstatus erarbeitet. Immer weiter und immer weiter. Ich glaub, Jersey Girl war dann schon so ein kleiner Knock. Und, ähm, spätestens mit Cop-Out, der richtig, richtig scheiße sein soll, hat sich das Ganze so ein bisschen erledigt. Ähm, aber warum er so beliebt war, er ist halt, wenn man auch Bilder von ihm sieht, er ist ein Hänger. Vom, ja, er ist ein Comic-Nerd. Er ist, äh, einer von uns im Grunde genommen, der einfach nur auch ein Auge für Filme machen hat. Vor allem für Drehbücher. Der hat auch unfassbar viele Drehbücher geschrieben. Ja. Und durfte dann auch für Marvel, ähm, schreiben. Zum Beispiel gibt's einen sehr, sehr geilen Daredevil-Run von ihm. Der hab ich sogar gelesen. Einfach ein rundum sympathischer Kerl insgesamt. Ähm, den ging's ja jetzt auch letztens gesundheitlich nicht so gut. Das sieht man leider auch, dass der wirklich abgespeckt hat. Der hat richtig abgenommen, ja. Ja, aber halt auf ungute Weise. Ja. Und, ja. Ähm, ganz häufig geht's auch in seinen Filmen um genau das. Um das Hängertum, um Filme, um Comics. Und, um Außenseiter. Außenseiter, ja. Und das, äh, alles kombiniert so ein bisschen in Jay and Silent Bob schlagend zurück. Jay and Silent Bob sind zwei Figuren, gespielt von Jason Mewes und halt auch von Kevin Smith selbst, die in fast allen seinen Filmen mitspielen und, äh, vorkommen. Und, äh, seit Clerks, die im Grunde genommen vor dem Grocery-Store, deren Clerks die Haupt, äh, Location ist, stehen und halt Gras verticken. Das sind diese beiden Dudes, äh, die diebsten Charaktere Hollywoods. Jay ist halt der, der die gesamte Zeit nur am Labern ist, die gesamte Zeit versucht Bräute aufzureißen und Silent Bob ist der, der immer mit einem Satz den gesamten Film rettet. Außer in Clerks 2, da hat er am Ende, da ist auch, ich muss es mal sagen, ich finde Clerks 2, Clerks ist vielleicht der, sein bester Film. Außer in Clerks 2 ist der unterhaltsamste, in meinen Augen. Der hat so viele unendliche lustige Sachen teilweise da drin. Spätestens halt, wenn Silent Bob so, hey, du bist doch immer der, der was tues sagt. Ne, einfach, äh, nee. Großartig. Liebe. Und, ähm, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Wenn man das alles nicht weiß, kann dieser Film, glaube ich, sehr verwirrend sein. Ja. Ich lese mal vor. Es ist ja so ein bisschen, es ist ja, man kann es fast, es ist ja so ein bisschen das End, du kennen wir uns mit Endgame. Avengers, sagen wir mal. Da sind so viele, ähm, ja, ja, oder Avengers, ja genau, da sind so viele Referenzen eben aus den anderen Filmen drin, die ja da kumuliert mit Gaststars und hast nicht gesehen, das, ja. Ich lese mal vor, worum es in diesem Film geht. Übrigens, die DVD ist klasse. Es ist so richtig so Early-2000s-DVD. Ja. Der Film ist aus 2001 und ganz oben steht, der Film mit den schrägen Typen aus dem Afro-Man-Clip, Because I Got High. Ähm, es war auch meine erste Berührung im Grunde genommen mit denen, weil der Videoclip war nicht toll, der Song war lustig, äh, und da waren diese komischen Typen, die da in diesem Videoclip auch rumbuffen. Sie sind die heißesten Typen Hollywoods, mega attraktiv und einfach unwiderstehlich. Jay und Silent Bob. Jay und Silent Bob sind die entspanntesten Typen der Welt, schon widersprochen in der Nacht mehr. Äh, doch eine Nachricht erregt den heiligen Zorn. Eine Independent-Firma will den Kult-Comic Bluntman and Chronic verfilmen, für den Jay und Silent Bob die Vorlage lieferten, ohne ihnen einen müden Dollar zu zahlen. Das muss verhindert werden und so machen sich die beiden auf den Weg nach Hollywood, um dem Produzenten die Meinung zu geigen. Eine durch und durch vermasselte Kultur. Ihre Mission läuft natürlich nicht ganz nach Plan. Und so gerät das debile Dope-Doof von einer misslichen Lage in die nächste. Es überstürzen sich die Ereignisse und es kommt zu einem Showdown, der dieser chaotischen Odyssee ein würdiges und wahnwitziges Finale beschert. Spannenderweise, der Film ist ab 12 freigegeben. Sportlich. Also, hätte ich jetzt nicht gemacht. Nee, 16 finde ich ja auch angebracht, ja. Allein durch den ganzen Drogenkonsum und Kraftausdrücke und... Also, wie viel in diesem Film geflucht wird, ist unfassbar. Diverse Peniswitze und hast es nicht gesehen. Der Kultfilm voll respektloser Filmparodien und bunt gemischter Kami-Auftritte. Jason Mews und Kevin Smith. Ben Affleck, Shannon Elizabeth, schräge Blockbusterparodien, Star Wars Roadtrip, Planete Affen. Ja, alles drin. Ja, stimmt. Roadtrip habe ich ja nie gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. Scooby-Doo. Doobie-Snacks. Ich habe mir eine gesamte... Ich habe es bei Twitter reingestellt. Ich habe mir eine gesamte Awesome-List erstellt mit allen Dingen, die ich großartig an diesem Film fand. Und es ist sehr lang. Du kannst ja noch mal, auch noch mal jetzt ganz kurz noch mal wirklich sagen, mit dem... Also, was hast du denn wirklich von diesem Film erwartet? Auch mit dem Vorwissen von... Über Kevin Smith. Dass es ein Fanfilm ist. Ja. Und ich weiß ja, wie die kritische Rezeption dieses Films ist. Die ist gar nicht so gut. Mhm. Und dementsprechend war ich so ein bisschen gedämpft der Erwartungshaltung. Aber es war halt... Es war schon Kevin Smith... Also, ich habe schon Kevin Smith erwartet, wie man ihn halt von Clerks und All-Reds mochte. Mhm. Und das ist halt genau in meinen... Ja, also genau das, was ich mochte. Genau das, was ich geil fand. Und dementsprechend hatte ich schon ziemlich viel Bock drauf. Ja. Und, ähm... Das habe ich auch bekommen. Denn der Film, äh... Er fängt damit an, wie... Wie gesagt, mit dieser unfassbar geilen Szene, wie James, Silent Bob einfach vor diesem Laden gelassen werden. Man... Cut, äh, beziehungsweise Blende. Und sie sind erwachsen und machen diesen Rap und ziehen die Kids ab. Ja, überhaupt. Wie sie als Babys von ihren Müttern vor dem Laden vergessen werden. Fuck. Fuck. Das ist so gut. Ja. Mhm. Und... Ja, dann geht's halt los. Und die ersten zehn Minuten sind für alle die, die die Filme davor gesehen haben, einfach pure Liebe. Weil man, äh, sieht Randall und... Ach, scheiße, wie heißt nochmal die? Dante? Ja. Von Clerks. Die kommen vor. Man sieht Ben Affleck als Drehbuchautor aus Chasing Amy. Man sieht, äh, den... ähm, hier aus Small Rats, der den Comic, äh, Bluntman und Chronic dann irgendwann geschrieben hat. Mhm. Am Ende von Small Rats, ähm... Und man hat so ein... Innerhalb von zehn Minuten so ein wunderbares Roundup von diesen drei Filmen und es war wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen. Mhm. So richtig so, oh, richtig schön. Und auch wenn es ewig her ist, dass ich diese Filme gesehen hab, halt Clerks und Small Rats, ähm, war es sofort aber wieder dieses... Ja, man. Dieses Feeling. Ja. Es war sofort wieder da und man war sofort wieder drin und war, ja, geil. Und auch in diesen ersten zehn Minuten macht der Film eigentlich schon klar, wo die Reise hingeht. Ähm, so zum Beispiel, ähm, ja, also Jay, Silent Bob, wer würde da einen Film, äh, überhaupt über die sehen wollen? Das geht auch gar nicht. Und Ben Affleck und die beiden gucken einfach in die Kamera so. Ja. Schönen sie Fourth Wall so. Er sagt immer, er fragt dann so, wer wird dafür Geld bezahlen? Alle so. Kurze Zuschauer verarscht. Passiert auch noch. Macht er eh gerne. Passiert auch noch zwei oder dreimal. Ja, ja. Und auch, äh, Ben Affleck als Drehbuchautor, als Figur, schaut sich halt in Internetforen an, was über diesen Film geschrieben wird. Und, oh, mit Ben Affleck? Ja, ich hasse diesen Kerl. Und es, also so dieser. Moviepoopshoot.com. Dieser Fourth Wall Humor ist so perfekt. Ja. On point. Das stimmt. Äh, sie sind auch später halt, sie verarschen Miramax, die Leute, die das ganze produzieren auch. Ohne Ende. Durchgängig. Ja, die haben nach diesem und diesem Film auch einfach nichts mehr geschissen bekommen. Äh, es ist unendlich lustig, wenn man das alles versteht. Ja. Das ist nämlich so, glaube ich, das, wo auch die, der Großteil der schlechten Bewertungen herkommt. Wie gesagt, es ist ein Film von einem Fan für die Fans. Und dieser Film noch mehr als alles andere. Und das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Deswegen würde ich den auch nicht unbedingt empfehlen. Sondern schaut euch erst mal die anderen Kevin-Swim-Filme an. So, wirklich so eine chronologische Abfolge wäre vielleicht eigentlich so kacke. Ähm, es kommt ja vor allem, sorry, äh, vielleicht ganz, also, muss ich auch sagen, vor allem nicht nur Vorkenntnisse wie seine Filme, sondern es hilft natürlich auch, wenn du sehr viel Kenntnisse über Hollywood hast und, ja, und das Filmuniversum und so weiter. Weil, darauf kommst du ja sicherlich noch, äh, er referenziert halt einfach super viel. Das stimmt. Und wenn du nicht so ein bisschen Nerd bist und da so ein bisschen drinsteckst, dann ist es jetzt keine, er hat schon auch viel Papi-Pikaka-Humor, klar. Aber es gibt halt einige Referenzen, die du halt so als 0815-Kinogänger, sag ich jetzt mal, ähm, nicht irgendwie verstehst immer. Nee. Deswegen, ja. Ähm, also, die, beiden wollen dann, wie gesagt, diesen Film verhindern, weil der basiert ja auf ihrem Leben im Grunde genommen. Und sie kriegen aber kein Geld dafür. Deswegen wollen sie nach Hollywood aus New Jersey und, ähm, ja, versuchen zu trampen. Das auch. Ähm, ich hab den Film auf Englisch gesehen. Ähm, das liegt daran, dass ich alle Kevin-Smith-Filme auf Englisch gesehen habe. Äh, ich weiß nicht, wie das so im Deutschen funktioniert. Ähm, allein die gesamte Geschichte mit The Book. Ah, do you live by it? Ja, das heißt einfach so. Das Buch. Ja, klar. Das ungeschriebene Buch der Straße. Ja, aber es ist halt, wenn man diese Figuren, mit denen man sehr viel Zeit verbracht hat, halt so kennt, dass man, dass sie halt Englisch reden. Ich hab auch, ehrlich gesagt, ganz viel teilweise einfach nicht verstanden. Mhm. Gerade die gesamte Geschichte mit Tracy Morgan. Du verstehst diese Menschen einfach nicht, wenn die da ihren Slang reden. Mhm. Und trotzdem hab ich's halt so weitergeguckt, weil es gehört irgendwie dazu. Aber hast du Subtitles angemacht oder gab's keine Subtitles auf DVD? Ähm, nee, hab ich nicht angemacht. Gab's nur auf Deutsch. Ah, okay. Das ist halt auch genau dieses, diese gleiche Diskussion mit Leuten, die in 80ern Actionfilme auf Deutsch geguckt haben. So, die Synchronisation von Stallone, von Schwarzenegger und so sind halt legendär. Da würde ich mir die auch nicht auf, auf im O-Ton angucken. Mhm. Und ähnlich ist es hier halt nur halt andersrum. Ja. Ich hab's immer auf Englisch gesehen und deswegen würde ich's auch gar nicht anders wollen. Ja. Äh, deswegen kenne ich sogar deutschen Version. Also ich kenne auf beiden Sprachen, auf beiden Versionen. Also, ja. Sie treffen dann unterwegs in einem Moobies, was auch immer häufiger im Kevin-Smith-Universum vorkommt. Ja. Treffen sie auf, ähm, Cheryl Elizabeth. Äh, wie heißt sie in diesem Film? Ich hab keine Ahnung. Das ist auch einfach egal. Justice? Ja, die ganzen, Justice. Justice. Ja, die ganzen Mädels-Truppe, die eh so bescheuerte ja. Typische Barbie-Namen. Ja, aber sie ja eben nicht. Ja. Und du machst gar nicht beim Heimschema mit. Ähm, und die ist halt mit anderen, mit drei anderen Mädels unterwegs, um, äh, in Anführungszeichen, äh, Tiere zu befreien. Was natürlich nur ein Hoax ist. Aber Stifler begleitet sie als, äh, als Hippie. Als Hippie. Ist großartig. Ja. Mit Zahnspange und, äh, Brühle. Und das ist auch so eine Sache. Wir verstehen das. Wir verstehen, dass Jason Biggs da ist. Wir verstehen, dass Stifler da ist. Und halt Shannon Elizabeth. Das versteht aber heute ein 16-Jähriger nicht mehr. Ja, ja, auf jeden Fall. Der Film hat relativ viel Zeitgeist. Ja. Von 2001. Äh, nimmt auch American Pie ein bisschen hoch, ähm, neben den typischen Filmklassikern. Das ist halt, also ich hatte auf einmal richtig Bock, wieder ein bisschen Skatepunk zu hören, so ein bisschen Sum 41 und so. War richtig geil. Er ist schon, er ist schon sehr ein Kind seiner Zeit, das stimmt, ja. Deswegen auch eine andere Sache, warum der vielleicht heute nicht mehr so ganz funktioniert. Naja, und, äh, die beiden schaffen es dann über Umwege um mit einem Orang-Utan, äh, nach Hollywood. Äh, Verfolg von Will Ferrell und, ähm. Forstaufsicht. Und, ähm, ja, da kommst du dann zum Finale im, ähm, ja, im Miramax-Studio. Ähm. Der tollen Star-Wars, Pauli. Batman und Star-Wars. Mit Mark Hamill. Ja, ist großartig. Carrie Fisher spielt auch mit. Eine Nonne. Das meinte übrigens Sascha von Wellen-Nordpool. Das ist der einzige Grund, warum ich diesen Film gesehen habe, weil Mark Hamill und, äh, Carrie Fisher mitspielen. Mhm. Weil er war, ist halt mit der Mega-Star-Wars-Fan und er kannte die halt vorher nicht. Äh, meinte, das war alles so merkwürdig. Und sie war nur ganz kurz da. Und, ja, auf diesem gesamten Weg gibt es halt Irrungen und und, ähm, tausend Side-Stories. Die alle auch einfach egal sind. Also dieses gesamte, die, die Mädels wollen halt keine Affen befreien, sondern sie wollen Diamanten stehlen, weil das Tier-Testlabor ist direkt zufällig neben der Diamantenbank. Ja. So baut man halt in den USA, in Colorado. Ähm. Ach, eine absurde Szene, wie sie da einbrechen und alles klauen. Und wegen eines Furzes. Genau, mit diesen Laser-Variieren. Mhm. Das ist übrigens auch so eine Sache. Man kann bei diesem Film überhaupt nichts wollen. Nee, weil es auch völlig die Wurst ist. Es ist einfach egal. Es geht nur um die Momente. Es geht, erstens das und zweitens geht es um die Figuren. Ja. Will Ferrell ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich finde Anchorman mittelmäßig den ersten. Anchorman 2 liebe ich. Anchorman hat halt so ein, zwei richtig gute Momente. I'm in a glass case of emotions of einfach das Beste überhaupt. Aber ich finde Anchorman 2 hat davon einfach noch deutlich mehr. Aber ja. Und ich mag Will Ferrell zum Moor. Das ist aber auch eine Sache, an dem sich ja viele Leute streiten. Mhm. Und ich finde ihn jetzt auch, ich muss sagen, ich finde, also ich finde ihn in Jensen Bob ist nicht, ist nicht seine stärkste Rolle. Nicht? Er ist fast ein bisschen nervig teilweise. Ich finde es großartig. Okay. Weil es genau in den richtigen Dosen eingesetzt ist. Er kommt nicht zu viel vor und halt gelegentlich, es ist aber auch immer, es ist immer lustig, wenn er da ist. Schon. Aber ich finde, das ist nicht seine Paraderolle jetzt. Nee. Also dafür hat er andere. Aber ja. Aber er passt schon, ja. Wie gesagt, der Film lebt zum Großteil von seinen Momenten und seinen Figuren. Zum Beispiel diese gesamte Geschichte, wo es halt rauskommt, okay, jetzt gehen sie zu diesem Animal Shelter und so. Und auch ein bisschen schon davor mit diesem ganzen Roadtrip-Ding. Da hat er echt einen Hänger. Also, ähm, der Anfang ist großartig. Ich liebe das gesamte Ende. Der Mittelteil hängt so ein bisschen. Mhm. Und der funktioniert nur, weil Jay und Silent Bob einfach witzige Typen sind. Und wegen Scooby-Doo. Aber das ist eine andere Geschichte. Ist auch so super strange einfach alles. Ja. Nee, das stimmt. Also da passiert halt nicht so viel. Also der ganze Roadtrip eben zwischen Mubi, äh, Aufeinandertreffen der, der Truppen und dann halt bis hin zu dem, ähm, Einbruch. Da ist halt so ein bisschen der Lauf. Da geht's halt so um, drum, dass Jay sich in die Justice verknallt und die sind das und hin und her. Und ja, klar. Und du hast halt das deiner. Du hast ein paar lustige Dialoge und so, aber da passiert halt nicht so viel. Das stimmt, ja. Und ein sehr klarer von Affen. Sehr klarer. Mhm. Mhm. Und ja, äh, ich guck mal auf meine, äh, das alles war Awesome-Liste. Hast du, ja, so ein paar, äh, Gastauftritte. Mhm. Man hat dann Ben Affleck und Matt Damon irgendwann später nochmal als sich selbst, was auch sehr, sehr lustig ist. Mhm. Ich hab ja immer noch nicht Good Will Hunting gesehen, äh, weswegen ich diese gesamte How You Like Them Apples nie verstehe. Ich glaube, das kommt in diesem Film vor. Ich bin mir aber unsicher. Ähm, hast du die Gang aus Reservoir Dogs gesehen? Die was? Die Gang aus Reservoir Dogs. Die gehen da, äh, übers Gelände großartig. Man hat Gus Van Sand und Wes Craven. Ja. Auch einfach, das kam auch so out of nowhere einfach. Wo sie einfach gerade, äh, äh, ja, sie sollen, glaube ich, Scream drehen. Mit, äh, der einen of Charmed. Ja, Schandalti. Ist auch Mollrats. Ah, stimmt. Oh, ich hab Mollrats so ewig nicht gesehen. Das wird immer mehr Zeit. Ähm, Daredevil sieht man zwischendurch. Richtig geil. Ja. Äh, man hat Anspielungen an E.T., wie gesagt, Planete Affen, was auch so ein bisschen out of nowhere kommt. Ja, das ist halt einfach quilliger Bullshit, aber es ist lustig. Das E.T., das hat man halt schon von Weitem kommen sehen, aber es wird gut vorbereitet und es ist ziemlich witzig. Lass das schwule Pech, die haben Sonne durch. Wie war das? Wir haben ein 10, 8, 2. Och nee, nicht schon wieder. Und Ben Affleck. Nein, diesmal war ich's nicht. Tutte Nutte in Afflecksbundwagen. Ja, großartig. Und ganz, 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 ganz viel von diesem, ja, wie gesagt, selbstreferentiellen Humor ist einfach ... Du hast halt super viele Schauspieler vor allem, die sich selber komplett auf die Schippe nehmen. Ja, Jason Biggs und James Van Der Beek. Dann ein Mark Hamill als Bösewicht. Ja, der Nussknacker, der Nutcracker. Im Bluntman and Chronic-Film mit einem ... Der Riesenfaust. Ja, mit einem Lichtschwertkampf noch. Ja. Der sehr, also mit einer Bong als Lichtschwert, richtig geil, Mark Hamill. Das ist aber nicht im Skript. Das Finale, der finale Kampf ist auch einfach so witzig, weil Justice dann zu James Allen Bob steht und gegen ihre ehemaligen Mädels ankämpft und so. Justice, warum machst du das? Nenn mich Boo Boo Kitty Fuck. Weil, ja, Jay-Z mal so genannt hat. Es ist, wie gesagt, der Film lebt von seinen Momenten, lebt von seinen Figuren. Und ich würde jeden, jeden empfehlen, sich mal Clerks anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Weil, also wer Clerks nicht kennt, bitte nachholen. Der ist, wie gesagt, ich finde Clerks zwar immer noch unterhaltsamer, Clerks ist aber schon der bessere Film. Ja, insgesamt. Einfach weil der auch trotz seiner ganzen Fuck und Schimpftiraden und sehr absurden Momente, Stichwort Toilette, ist der immer noch sehr, sehr herzlich und ziemlich, ja, also doch schon nah an der Realität. Da ist Clerks zwar einfach ein bisschen drüber. Ja. A, B, C, it's easy as one, two, three. Ja, der Clerks 1 ist schon sehr echt. Der fühlt sich sehr bodenständig auch an. Eben. Und ich finde, der Film ist, das liegt aber auch nur mal an meiner Liebe für das gesamte Thema, für Film, für Kevin Smith eben. Ja. Und alles, was der Kerl so gemacht hat. Ja. Wenn man außerhalb dieser Bubble lebt, ist das alles ein bisschen schwierig. Weil dann sieht man halt Typen, die komische Dinge tun. Ja, dann ist das so ein Film voller Penis, Bong, Drogen, Scheiß. Aber nicht auf einem, ey Mann, wo ist mein Auto-Level. Pimmelwitze. Ja, aber nicht so weit weg auch nicht. Es wird halt mehr geflucht. Aber ich finde, man braucht schon. Er ist schon, er ist schon, er ist schon runtergebrochen auf den Humor, ist ja schon größtenteils stumpf. Ja. Wenn du mal die Referenzen, die Referenz-Gags und die Cameo-Gags mal rausnimmst, dann ist der Humor schon stumpf. Ja. Und den feierst du dann, glaube ich, halt wirklich eher nur, wenn du die Figuren auch wirklich magst. Und wenn du die, wenn du mit denen halt sowas ausazuierst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel diesen, wenn du jetzt mal diesen Film nimmst und halt, weil die sind ähnlich gelagert, so ein Ey Mann, wo ist mein Auto. Wenn du die nebeneinander packst. Alleine haben Jay und Silent Bob jetzt nicht so das Kultpotenzial wie Ashton Kutcher und Sean William Scott in Eyem Mann, wo ist mein Auto. Weil diesen, dude, sweet, dude, sweet. Der ist einfach, im Grunde genommen ist der ein bisschen zitatereicher. Und das hat Jay und Silent Bob nicht ganz. Oh, weiß ich nicht. Meine Meinung. Jede Diskussion beendet. Das Schlimmste bei Facebook ist meine Meinung. Kannst du mir gar nicht zu sagen. Weiß ich nicht. Ich finde schon, dass der einige Zitate hat. Jay and Silent Bob. Ja, klar. Aber kann auch sein, dass ich einfach mit Eyem Mann, wo ist mein Auto halt mehr aufgewachsen bin als jetzt mit diesem Film. Ich fand ihn ja nie richtig lustig. Muss ich ja mal was übergeben. Eyem Mann, wo ist mein Auto? Ja. Alter. Der war mir irgendwie zu doof. Ja. Aber auf so einer nicht kultigen Art irgendwie. Also weiß ich nicht. Ja, hat mir einfach nie so richtig gefallen. Ich fand ihn immer nur solide. Also fand ich aus der Zeit anderer Komödien deutlich lustiger als den. Aber das ist halt wieder meine Geschmackssache wieder. Aber ja, klar. Bei mir geht es aber genauso. Wir sind die geilen Schnecken und wir wollen auf eure Flöten blasen. Ja. Vielleicht ist es auch wieder, wie du selber sagst, vielleicht ist es aber auch wirklich einfach dieses Einlullen, wenn man die Charaktere halt so mag und wenn man die ganzen Schwesternfilme alle irgendwie kennt und das alles so zu einem verbindet. Mag auch sein, ja. Ja. Es ist, wie ich einfach mal gesagt habe, es ist einfach so wirklich so ein bisschen nach Hause kommen. Und ich habe die Filme lange nicht gesehen. Ich habe Clerks 1 und 2 zu Hause auf DVD. Ich habe die unfassbar lange nicht gesehen. Und trotzdem, es war wieder so ein richtig, richtig, richtig gutes Gefühl. Und dafür danke ich dir. Wirklich. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist super stumpf. Es ist kein cleveres Drehbuch. Es ist runtergebrochen auf die Geschichte wirklich blöd. Aber es sind eben die Referenzen. Es sind die Figuren. Es ist dieses gesamte, ja, dieses New Jersey Feeling aus seinen vorherigen Filmen. Das hat er da noch mit reingepackt. Und umso gehypter bin ich auf das Reboot. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich habe richtig, richtig Bock. Das einzige Problem ist, warum zum Fick muss er immer, immer seine Familie mitcasten? Ach so, ja gut, das heißt ... Hier in diesem Film ist seine Frau dabei. Die hat eine kleine Rolle, aber es ist auch Wumpe. Aber seine Tochter ist halt ... Ja, aber gut, er will sie natürlich pushen. Ich meine, sehr klar. Sie kann trotzdem nicht Schauspieler. Ja, aber ... Wenn Yoga Hose ist, hat es gepasst, weil dieser Film generell einfach sehr, 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 sehr merkwürdig war. Ja. Und auch nicht so gut. Doch, beim Fantasy Filmfest war eine gute Party. Ja. Da saß BNRB vor mir. Ja, immer zumindest besser als Task. Leber eine Frechheit. Ja. Was heißt ... Doch, da war eine Frechheit. So, wie der Film entstanden ist. Wenn du in den Abspann guckst und sie lachen dich quasi im Abspann ausbekifft, weil sie ... Naja, du hast ja einen Film angeguckt, wo ein Mensch zu einem Wahl rausgemacht wird. Ja. Und in den Credits reden sie darüber, wie dumm das ist und wie dumm Leute wären, die dafür Geld zahlen. Ja, natürlich. Ja. Hätte auch gar kein Geld bezahlt. Natürlich will ich mich dann da verarschen. Na, es ist eine clevere Satire, um den ... Nee, da muss der Film halt auch irgendwie gut sein, der war halt einfach eine Grütze. So ein Cabin in the Woods zum Beispiel. Das ist eine clevere Satire auf den Horrorzuschauer. Ja, der funktioniert zumindest einmal. Danach weißt du, was passiert. Und dann ist es so, ja, okay, immer noch ganz unterhaltsam. Aber ... Ratask war leider wirklich eine Frechheit. Ja, der war ... Also, ich fand die erste Hälfte, glaube ich, so ungefähr ganz geil. Und danach ist es halt ... Naja. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt mich wieder in Kevin Smith zu stürzen. So ein bisschen ... Ich glaube, beim Nerdpool hatten wir auch mal die Idee, einen Podcast zu den Filmen zu machen. Mal schauen. Red State möchte ich mir definitiv noch mal angucken, weil ich glaube, das könnte spannend werden. Hat ja auch so ein bisschen ... Ja, das hat ja nicht, weil ich den angebrochen habe. Mir wäre ja langweilig, aber vielleicht müssen wir noch mal. Hat ja auch so ein bisschen ... Ist das nicht so ein bisschen Fanatismus? Ja, ja. Und Sekten. Ja, ja, genau. Thematik, auf die ich mega stehe, die ich ziemlich geil finde. Ja, da geht es so ein bisschen um, ja, American Trash-Fanatismus und so ein bisschen. Finde ich geil. Ja. Also, muss man mal schauen. Äh, aber ... Ich werde, glaube ich, zu Hause erst mal wieder Clerks gucken. Und weil ihr den Film nicht kennt, unbedingt schauen. Fantastisch. Das stimmt. Und auch zeitlos einfach durch das ganze Schwarz-Weiß und alles. Ja, ja, der funktioniert eigentlich immer. Kommen wir zum absoluten Kontrastprogramm. Soviel zu Sellenbob und Käferpartner Jay. Jetzt kommen wir zu Obst. Gemüse, Digga. Alter. Ich verwechsel es immer. Zutschenaini. Hm? Äh, kennst du Luxonwunder, korrekte Aussprache? Ja. Gibt's auch Zutschenaini. Zutschenaini, ja, stimmt. Aubegini und Zutschenaini sind die Romeo und Julias der Obsten. Guck mal bei YouTube nach Luxonwunder, Wundertütenfabrik. Korrekte Aussprache. Und dann macht die korrekte Aussprache Zucchini. Und dann wisst ihr Bescheid. Großartig. Liebe. Ähm, ja, ich hatte, äh, von dir bekommen, äh, mein Leben als Zucchini, beziehungsweise my life as a Zucchini. Oder französisch. Hahaha. Ich, äh, ich entschuldige mich bei allen Franzosen, die zuhören. Ich glaub, das sind gar nicht so viele. Ma vie de courgette. Hm, klang zumindest okay. Irgendwie sowas. Ja, ein Stop-Motion-Animationsfilm, ähm, aus dem Jahr 2016, haben die einen oder anderen vielleicht mitbekommen, wenn, zumindest namentlich, weil er für die Oscars nominiert war, als bester Animationsfilm, leider nicht gewonnen. Weil, ich glaub, wieder Disney gewonnen hat, wahrscheinlich. Zootopia. Ah, Zootopia war das Jahr. Das war das Jahr mit Zootopia, Red Turtle, glaub ich, und Kubo. Ach, Kubo war auch der Beste. Ah, okay, das war wirklich ein starkes Line-Up, aber auch. Kubo war auch sehr, sehr gut. Ja, und deswegen bin ich auch immer noch pisst, dass Zootopia gewonnen hat. Äh, der Disney-Allmacht hat wieder zugeschlagen. Ich mag den Film, ja, aber Kubo war besser. Ja, definitiv. Und, ähm, ja, genau. Äh, kann man daher zumindest namentlich kennen. Ähm, wer gerade noch, äh, jetzt aktuell Amazon Prime besitzt, den Film gibt's da gerade, im Prime-Paket, äh, for free. Da hab ich ihn auch geguckt, also schnell ran, wer ihn noch nicht kennt. Schon mal soweit. Und, ja, ich hab hier die, äh, die DVD, äh, ich hab ihn jetzt bei uns schon geguckt, du hast jetzt noch die DVD nochmal hier mitgebracht, weil du hast ihn ja original im Regal. Wieso hast du eine DVD? Gibt's nicht, kriegst du keine Blut? Ritten Sohnsmuster. Äh, wir verschicken auch DVDs. Ähm, genau, und, ja, worum, worum geht's denn? Ich kann ja erstmal hier oben eine, eine fleißige Auswahl an, äh, an Zitaten auch hier drauf. Oh ja, klasse. Reichlich. Wie zum Beispiel von der TV-Spielfilm. Ist ja nicht meins. Movie-Digger. Das sind deine Kollegen. Ja. Buh. Anderer Verlag, buh. Die sagen, Daumen nach oben. Grüße. Daumen nach oben und Kinowunder. Oder auch der Stern sagt, so zauberhaft und anrührend, wie es andere Trickfilme lange nicht mehr geschafft haben. Die Cinema sagt, Poetisches Meisterwerk, der Trickfilm. Cinema, ganz tolles Magazin. Großartig. Hust. Die haben echt einen guten Geschmack, was Filmpodcasts angeht. Ja, super. Die, die, die wirklich Expertise hochzählen. Ähm, die FAZ sagt, völlig zu Recht für den Oscar nominiert. Auch eine Aussage. Die SZ sagt, zauberhafter Film. Und die deutsche Filmmedienbewertung, FBW, gibt das Prädikat besonders wertvoll und sagt, ein farbenfroher und warmherziger Film, der berührt und begeistert. Hm. So. Da haben wir aber schon mal jetzt was Foreshadowing betrieben hier. Ich lese mal vor, worum es denn überhaupt geht. Zucchini. So lautet der Spitzname eines kleinen neunjährigen Jungen, der nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter mit einem neuen Leben konfrontiert wird und im Heim von Madame Papineau fortan mit anderen Kindern aufwächst. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach, denn auch der freche Simon, oder Simon, oder Simon, Simon, genau, der ausgebrochene Franzose. Der freche Simon, die besorgte Beatrice, die schüchterne Alice, der etwas zerstauste Jojube und der verträumte Ahmed haben bereits viel erlebt. Sie raufen sich aber zusammen und geben einander Halt auf den Weg, ihr Leben in ruhigere Bahnen zu lenken. Eines Tages stößt Camille zu ihnen. Die Zucchini ist zum ersten Mal, ne und Zucchini, die Zucchini, und Zucchini ist zum ersten Mal im Leben ein bisschen verliebt. Ich glaube, da solltest du aufführen, weil die DVD-Beschreibung geht noch ein bisschen weiter. Ich lese mal kurz. Ja, okay, das ist schon zu viel. Dann hören wir einfach auf. Ja. Genau, Zucchini ist verliebt. Wer kennt es nicht aus der Küche? Die Zucchini ist verliebt in Camille. Jetzt mal ehrlich, ich kann keine Zucchini kochen. Ich kann es einfach nicht. Schmeckt immer scheiße. Ich habe einmal in meinem Leben ein richtig gutes Moussaka hinbekommen. Moussaka ist Gott. Ist schon geil, ey. Also einfach, nee, das ist Aubergine. Kacke. Zucchini ist geil. Obst. Alter, war das gerade dumm. Obst, meine Freunde. Obst. Ich habe nur Zucchini im Kühlschrank. Also ich kann jetzt nach dem Film auf jeden Fall keine Zucchini mehr kochen. Oh, cute. Ja, also ein Animationsfilm über ein Kind, das eigentlich nicht Zucchini heißt, aber so genannt werden möchte. Oder zumindest von der Mutter immer so genannt wurde und das jetzt so verinnerlich hat. Und ja, das in ein Waisenhaus kommt durch ganz schön garstige Umstände eigentlich, wenn man es, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier, ist das schon wieder, spoilern war das jetzt? Das sind die ersten fünf Minuten. Ja, wobei man es ja nicht so direkt erstmal sieht. Man kann es ja nur ahnen, sag ich mal. Ja, lassen wir es. Doch, ich sage das jetzt einfach. Okay. Doch, man sieht es ja schon. Ich habe es mir gerade gedacht, also das war schon sehr offensichtlich gedeutet mit den Bildern. Es ist nämlich so, dass der Zucchini aus Versehen seine eigene Mutter tötet. Was schon mal ziemlich herbe ist für den Anfang. Die ist nämlich schwere Alkoholikerin, der Vater ist weg. Und ja, zu Hause wird nur rumgebrüllt und angefaucht und hast du nicht gesehen. Und Zucchini führt ein nicht gerade schönes Leben. Und ja, nachdem die Mutter dann verstirbt und er ins Heim kommt, ja, ist mit der neuen Situation erstmal überfordert natürlich und kommt da nicht so richtig erstmal parat unter diesen fremden Kindern. Und ja, generell, um mal kurz nochmal zurückzugehen, so generell, was habe ich denn erwartet von dem Film? Er stand auf deiner Watchlist. Er stand auf deiner Watchlist, ja, ja, seit der Oscar-Geschichte damals. Also ich habe so viele Filme noch, gerade auch aus den Oscar-Zeiten immer noch auf der Uhr seit zwei, drei Jahren. Ich habe einen tatsächlichen Tierjerker erwartet eigentlich. Ich hatte mit etwas Schwerem gerechnet irgendwie. Ich hatte so ein bisschen, ich finde mal von der Optik hatte er so ein bisschen Burton-Style. Leicht, was die Figuren so angeht. Alles so ein bisschen, nicht so, also an Gesicht ist es nicht triss, es ist schon bunt, aber die Gesichter sind sehr gezeichnet der Charaktere. Also die Charaktere wirken sehr niedergeschlagen und erdrückend irgendwie. Und ich hatte schon so irgendwie was, schon was Dramatisches erwartet. Wenn ich da kurz einhaken darf. Ich hatte den damals, glaube ich, auf Platz zwei aus meiner Top-Liste. Ja. Und ich hatte den einfach in meiner ersten Sichtung aus irgendeinem Grund abgespeichert als total lustig und lebensbejahend. Und dann habe ich den mir ein zweites Mal geguckt und war so, hm, ist er gar nicht. Weil er ist jetzt nicht Tierjerker, aber so richtig, hey, das Leben ist schön, ist er über weite Strecken halt auch nicht. Genau. Und ich hatte auf jeden Fall, ähm, ich hatte auf jeden Fall mit etwas, was Schwerem gerechnet. Vorab und war schon auf jeden Fall eher auf, auf, ja, Drama-eskes eingestellt so. Und, ähm, ja, wie du sagst, es ist weder noch eigentlich. Genau. Aber der Film findet tatsächlich so einen Weg, Dinge, die schlimm sind, wovon es im Film viel gibt, definitiv. Also man lernt dann so, wie gesagt, wir sind in einem Waisenhaus und da spielt das jetzt auch das meiste des Films dann ab. Und so nach und nach, ähm, vor allem für den Simon, der so ein bisschen den Anführer da spielt, der ist so ein bisschen der, der, der einen auf hart macht, so. Der, der harte Junge, der erstmal, der ist irgendwie, der alle mal hänselt und irgendwie einem das Essen klaut und, äh, ja, Zucchini auch erstmal nur, nur hänselt und verarscht. Die beiden freuen sich dann aber trotzdem so ein bisschen an und, äh, es wird alles so ein bisschen andere Bahnen auch gelenkt dann über die Zeit, so durch verschiedene Vorkommnisse. Und er ist so ein bisschen der Stalker. Äh, er, er schleicht sich gern mal nachts in das Büro der Leitung und liest sich so die Akten durch der Schüler, äh, der Schüler, sag ich schon, der, der, ähm, ja, der Kinder, der Heimkinder. Und er weiß quasi über jeden Bescheid. Er weiß, warum jeder da drin ist, so, weil das ist ein bisschen wie im Knast, so. Also, er sagt das ja am Anfang, willkommen, willkommen in Gefangenschaft, so. Ähm, jeder hat, also, jeder hat so seine Vorgeschichten natürlich und er weiß, es geht so ein bisschen darum, so, wer ist, warum hier und wer hat, ne. Und man merkt das halt schon, dass die, dass die Kids alle halt sehr mitgenommen sind, ne. Jeder hat irgendwie so einen Tick oder hat irgendeine Besonderheit, die ihn oder sie auszeichnet. Zum Beispiel bei einem Mädchen, da ist die Mutter abgeschoben worden, ein afrikanisches Mädchen. Und bei jedem Auto, was, zum Beispiel, in den Hof vorfährt, zum Beispiel, es kommt regelmäßig ein Polizist vorbei oder halt, äh, ja, andere Eltern oder so. Und jedes Mal, wenn ein Auto hält, rennt sie halt raus und schreit halt Mama, weil sie glaubt, ihre Mama kommt halt wieder und solche Sachen. Das ist so schlimm. Genau, das ist, das klingt jetzt aber so schlimm und auch, sie ist so traurig. Oder halt bei einem anderen Mädchen geht es zum Beispiel darum, dass sie halt wohl sexuell missbraucht wurde zu Hause durch die Geschichte. Also, die Thematiken in dem Film sind sehr, sehr hart eigentlich. Der Film schafft es aber tatsächlich dadurch, dass er die Sichtweise auf die Kinder lenkt. Also, der Film wird aus der Sicht der Kinder erzählt, äh, zu größten Teilen zumindest, bekommt der Film so eine naive Verspieltheit rein, die diesen schweren Themen so ein bisschen die, die, die schwerer nimmt. Also, er behandelt die, die, die Themen trotzdem ernsthaft, aber ohne sie, sie wirken plötzlich gar nicht so schwer, weil sie in diesem Kontext, aus dieser Sicht, die können, die, also die Kinder können mit diesen Thematiken, die verstehen das zwar, aber sie können nicht so richtig was damit anfangen, wissen nicht, was das wirklich bedeutet. Und das überträgt sich auf dich als Zuschauer so ein bisschen. Du bekommst selber so eine naive Sicht auf Dinge, weil sie das so vortragen. Und deswegen, deswegen, also, er schafft es halt quasi, das so ein bisschen abzuschwächen, ohne es aber zu verharmlosen. Ja. Und das ist sehr, 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 sehr geschickt gemacht und wirklich, wirklich gut umgesetzt. Da war ich sehr beeindruckt, wie er das hinbekommt. Nein, man baut ja auch als zu, als erwachsener Zuschauer die Bausteine schon selbst irgendwo zusammen. Ja. Also, du bekommst Stichwort und die Kinder wissen ungefähr, wo es hingeht, was das soll. Ja. Und du aber als erwachsener Zuschauer weißt, okay, das ist jetzt das und das. Genau. Genau. Also, die Kinder, die Kinder erfahren es eher spielerisch und du bist quasi schon frisch voraus und weißt so, ja, okay, das ist schon klar, ne? Genau. Deswegen, also, die Thematiken, die der Film halt immer wieder adressiert, sind alle sehr schwer eigentlich, weil es wirklich um, ja, diese ganzen Dinge geht, die halt, ja, Kinder erfahren können. Von Missbrauch bis Verstoßen bis Abgeschoben bis Hast du nicht gesehen. Ja, schafft es aber wieder dadurch, dass der Film halt sich dann darauf fokussiert, eben wie Zucchini selbst und gemeinsam mit den anderen Kindern, die dann halt so langsam über die Zeit natürlich dann doch so eine Gemeinschaft werden, so eine geschlossene, wie die es halt schaffen, damit zurechtzukommen und mit halt dann so Alltagsproblemen kämpfen. Dann machen sie halt mal einen Ausflug und zusammen und so nach und nach wachsen sie sich irgendwie doch ans Herz, wo sie halt diese typischen Kinderneckereien dann nicht sein lassen können und solche, ne? Und das ist so, es schwebt gerade der Zeit so eine dunkle Wolke über diesem Film, ohne dich aber so ganz runterzuziehen, weil du immer, immer so einen, immer einen nächsten Punkt bekommst, so, da passiert aber doch wieder was irgendwie, was so eine Kleinigkeit, die irgendwie schön ist. Oder dann eben auch, wenn dann eben die Camille ins Spiel kommt, dann zu sehen eben, wie Zucchini da das erste Mal so irgendwie so einen Crush bekommt und damit irgendwie umgeht und dann gibt es auch so geile Dialoge, solche so naive kindische Dialoge halt irgendwie über Geschlechtsteile. So, wenn man so mit acht, neun Jahren irgendwie das erste Mal über so Geschlechtsteile redet, das ist, das ist so niedlich gemacht und so kindlich naiv und dadurch, dass du die ganze Zeit eben wieder diese, diese Perspektive auch aus dieser kindischen Sicht hast, hat der Film eine ganz andere Wirkung, als wenn er, wenn er dich jetzt quasi, wenn er die Erzählweise so aus der Perspektive von Erwachsenen lenken würde und das alles halt wirklich genau so adressiert und das jetzt so ein schweres Drama wäre, wo es dann oben, weil es geht später auch noch so ein bisschen halt um, ähm, gerichtliche Sachen so, ähm, sorgerecht Geschichten und sowas, aber das kriegst du alles immer nur so am Rande mit, du kriegst es so mit, wie die Kinder es auch mitbekommen auch wieder, du hörst nur so Wortfetzen und wie du sagst, als Erwachsener weißt du, worum es geht, aber würde er das jetzt quasi andersrum spielen und halt wirklich den Fokus jetzt auf diese Sachen legen, wie gerichtliche Entscheidungen, Gesetz, ähm, äh, Adoption, Gerichtsdrama. Ja, nee, wirklich, aber dann, dann, dann würde der Film wirklich halt viel schwerer wiegen, aber ich finde, dann, dann würde der auch nicht so unterhaltsam wirken, also weil der Film ist halt trotzdem die ganzen Thematik, ist ja trotzdem unterhaltsam, weil er, weil er, weil er irgendwie süß ist, weil er, weil er lustig ist teilweise, trotz allem, weil er immer diese kindisch, kindliche Hoffnung mitträgt und würde er das umdrehen auf die Erwachsenen nur münzen, dann wäre der Film halt ein ganz anderer Film, dann wäre das so wirklich ein richtiges, hartes Drama fast schon, wo, wo du sagen kannst, da geht's wirklich, die Themen sind, Kindesmissbrauch, das und das, und hier ist das Thema eigentlich, das Thema ist eigentlich, Leben als Weise, Hoffnung, Hoffnung als, als Kind, dass irgendwie es viel verloren hat und, aber das ganze, das ganze Leben noch vor sich hat und noch gar nicht richtig versteht, was, was ihm, was ihm bevorsteht, so. Ja, das perfekte Wort einfach, finde ich, um diesen Film zusammenzufassen und auch all das, was du beschreibst, halt wirklich Melancholie. Ja. Also, der Film ist traurig und, aber trotzdem nie hoffnungslos. Ja, genau. Ich, halt, diese Ausflugszene, die ist ziemlich lustig und alles und auch, äh, ich möchte ein Eisbär sein. Ja, genau. Und dann hast du aber wieder diese eine Szene, wo sie eine Familie sehen und alles ist sofort kaputt. Ja, wo sie die, wo sie die, wo sie die, super abgefuckt, wo sie, wo sie dann, wo sie sich die Mutter angucken und sagen, oh, der hat ja, das Kind aber dann hat eine schöne Mutter und alle so. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich todtraurig. Ja, genau. Also, du hast immer wieder so kleine bittere Momente, aber wie du sagst, es ist nie so, dass der, dass der Film dich da bestehen lässt. Ja. Ja. Er gibt ja immer wieder einen nächsten Schritt, wo er dir irgendwas, irgendwas Positives zeigt. Und, ähm, das macht er wirklich schon sehr, sehr geschickt. Also, da war ich wirklich echt beeindruckt. Und das Gute ist halt wirklich, das muss man wirklich mal sagen, das, 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 das tut dem Film auch gut. Der dauert halt nur 66 Minuten. Der ist nicht lang. Ähm, weil der wirklich halt stringent erzählt und der, da passiert halt an sich gar nicht so viel. Und wie gesagt, der spielt fast nur in dem Waisenhaus, ein Ausflug, hier und da mal, ähm, ein bisschen Vor- und Nachgeschichte dann noch. Aber hauptsächlich geht's echt nur um so diese, ja, paar Wochen in diesem Waisenhaus. Und, ja, der, der hat keinerlei Längen. Also, der hat ja gar keine Zeit für. Und der, der erzählt sich wirklich einfach stringent. Es ist wirklich so eine kleine, fast eine Kurzgeschichte, kannst du fast sagen. Ähm, das steht ihm echt gut. Ähm, das, das funktioniert nämlich super. Also, knapp über ein Stündchen und du bist danach einfach nur abgeholt und, ja, irgendwie eine Mischung aus, aus zufrieden und irgendwie, also, ja, melancholisch. Irgendwie ein bisschen traurig, aber irgendwie auch zufrieden und irgendwie, irgendwie, äh, um, 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 umgarnt irgendwie. Also, der, der lullt sehr ein, finde ich. Ja, stimmt. Ähm, wie gesagt, und hat schöne Bilder. Diese Stop-Motion-Technologie sieht super aus, finde ich hier. Man muss sich an die Optik so ein bisschen gewöhnen. Das ist nicht jeder Manns Sache. Ich sag, das ist so ein bisschen Burton-esk. Mhm. Macht da aber, finde ich, nicht zu viele Spielereien. Das sind eigentlich nur die Figuren selbst. Es gibt noch eine Szene, wo die auf diesem Jahrmarkt sind, mit so einer Geisterbahn und so. Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen, da macht er so ein bisschen optisch, äh, ein bisschen Spielereien, aber das passt ja dann zum Setting. Aber er macht jetzt keine, ähm, es ist kein Beetlejuice oder so, oder es ist kein, ähm, ja, you name it. Es ist kein, kein Nightmare Before Christmas oder so. Also, er macht keine, keine Verrücktheiten oder keine Out-of-Body-Experience-Geschichten. Er ist sehr ... Die Hintergründe sind halt auch eher weniger detailliert. Also, es ist jetzt kein Studio-Leica-Film, wo du im Hintergrund noch 10.000 Dinge theoretisch andecken könntest. Es geht auch hier, äh, es geht auch hier halt wirklich, es geht um die Figuren halt natürlich und um ihre Geschichte und um die Dialoge. Ähm, und es ist schon alles sehr minimalistisch. Aber halt trotzdem muss man sagen, nicht jeder kann mit diesem Stil um. Das ist einfach so. Das ist Geschmackssache. Ähm, ich fand ihn passend, eben weil er eben diese, wie ich es sage, der, ähm, weil er dir optisch, optisch ist ja eigentlich, gibt er dir genau das, was er dir vermitteln will. Es ist irgendwie grotesk und irgendwie trist, aber irgendwie trotzdem gleichzeitig bunt und verspielt. Also, er macht eigentlich optisch genau das, was er auch eben emotional versucht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich war, ich war echt, ich war angetan von dem Stil. Ja. Aber wie gesagt, ist nicht jedermanns Geschmack. Ich hab auch sehr lange gebraucht, um auf Stop-Motion klarzukommen. Also, ich fand's sehr lange hässlich. Ja. Und dann hab ich halt Kubo in der Pressevorführung gesehen und war so, verdammt. Ja, wobei Kubo tatsächlich nochmal eine andere Technik anwendet. Also, das ist ja schon nochmal ganz, also, das ist ja viel aufwendiger nochmal. Ja, ja, aber trotzdem, ähm, ich fand auch Wallace und Gromit zum Beispiel nie hübsch. Ja, das stimmt. Aber jetzt hab ich halt, äh, man muss da wirklich mal über so einen Berg kommen und sich das einfach mal angucken. Ja. Um einfach auch zu sehen, wie gut sowas aussieht insgesamt. Du kannst ja auch einfach ganz andere Emotionen irgendwie wecken damit. Ja, absolut. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also, ich find das halt super gepasst halt. Auf jeden Fall. Ja, das, das Ganze basiert, äh, kommt noch als Funfact, das Ganze basiert auf dem Roman, ne, haben wir noch gesehen. Ähm, würde ich auch nochmal nachgucken. Das ist die Autobiografie einer Pflaume. Heißt, heißt der Roman. Ähm, vom französischen Autor, äh, Gil, Gil, Gil Paris. Ähm, ja, also, ganz scheinbar als Franzose. Ja, auch gut, ne? Gil Baguette. Ha, ha, ha. Ähm, ja, gibt's also wohl auch als, als Vorlage, wer lieber liest, als sich Stop-Motion anzugucken. Hm. Ähm, ja, mehr kann ich eigentlich erst so gar nicht sagen. Mehr will, also, ich will ja, ich will nicht mehr vorwegnehmen, weil wer den ja nicht kennt. Ähm, ähm, von mir auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Absolut. Lohnt sich, äh, über allemaßen. Ist ein wunderbarer, herzlicher, herzzerreißender, ähm, ja, mitunter trauriger, aber immer, immer mit so einem, mit so einem Hoffnungsglanz versehener Film. Ich fand den echt superschön. Ähm, Ende auch ein kleines Tränchen verdrückt, muss ich sagen. Also, ähm, hat echt auch ein schönes Ende. Ähm, aber ja, wieder, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil der schon noch so ein paar Sachen hat, ein paar Details hat, die dann doch irgendwie, die treffen auf den Punkt, wenn sie passieren. Die will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen groß. Von daher, also, von mir eine absolute Empfehlung. Ähm, starker Animationsfilm, noch stärkeres, ja, Kind, Kindheitsdrama irgendwie. Mit einem Messer in die Seite stechen muss, um dich irgendwie zu rühren, sondern, äh, der das ganz natürlich schafft. Auf eine schöne kindliche Art und Weise. Was würdest du zu FSK sagen? Weil, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist der ab Null freigegeben. Ich wollte gerade sagen, auf der DVD ist nämlich gar nichts. Da waren Flatschen drauf, den hab ich abgemacht. Ach ja, hast du abgemacht, das ist einfach normal. Ich guck mal, da war auf der inneren. Im Schuber halt. Ist null. Null. Äh, schwierig. Ich hab mich das beim Gucken auch schon gefragt, so wie der das adressiert. Äh, wie du eigentlich gesagt hast vorhin schon. Und das Ding ist halt, als Erwachsener siehst du den Film mit ganz anderen Augen. Als Kind ist es ja quasi, dann kriegst du, also, wenn du den Film als Kind siehst, dann wirst du ja eigentlich fast noch mehr abgeholt, weil der Film dir das ja so vermittelt, wie du es vielleicht eher siehst. Also, die Dialoge, das ist ja alles sehr einfach gehalten. Ähm, naja, bei mir ist dann halt so ein Gedankengang, warum gibst du dir ab Null frei und ich hab sechs? Weil, ähm, wenn du als Fünfjähriger diesen Film siehst, am Anfang stirbt einfach schon die Mutter. Und im Gegensatz zu, sagen wir mal, König der Löwen, wo danach Hakuna Matata kommt und alles ist cool, hast du da nicht diesen Relief-Moment. Es gibt, genau, es gibt keinen Relief-Moment, das stimmt, das stimmt. Er trägt sich ja trotzdem, er hat sich die Themen ja dauerhaft und nicht nur punktuell. Eben, und als, also, ähm, also du, ich glaube tatsächlich, also nicht mal das mit dem, auch mit dem Sterben, ich glaube wirklich so, so ein junges Kind irgendwie versteht den Film auch noch gar nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass es so richtig greifbar ist. Okay. Ähm, mit, ja, Eltern verlieren, ja, keine Eltern haben, keine Liebe haben. Ähm, das ist, glaube ich, noch zu schwierig irgendwie, also, ja, ist schwierig zu sagen. Der Film hat ja, hat ja keinerlei Gewalt oder hat ja keinerlei, es gibt halt so ein bisschen natürlich irgendwie verbale Gewalt, weil es so eins, zwei Szenen dann irgendwie mit, ne, mit nicht so netten, äh, Verwandten gibt und so. Ähm, er hat ja so ein bisschen verbale Gewalt, was es angeht und sonst wird ja alles quasi nur angeschadowed durch die, durch die, durch die Hintergründe der einzelnen Kinder. Ich glaube einfach, das versteht ein Kind gar nicht, ein sehr junges. Ich glaube, da ist der einfach nicht greifbar genug, da versteht er gar nicht, was der Film von ihm, von ihm will. Also ich finde, also ab sechs kann man den schon freigeben, Minimum. Ja. Also ich würde den vielleicht auch eher, so in dem Alter, wie die Kids halt sind, so acht, neun, zehn. Ich finde, da kann man den gucken, mit Erwachsenen und danach halt, aber dann auch erklären, was da passiert, glaube ich, ist ganz wichtig. Ja. Einordnen einfach. Nehmen wir es einordnen, genau, weil der Film hat, wie gesagt, so viele Sachen adressiert, die du als Kind nicht ganz verstehst. Also ich glaube, dann hat er danach Fragen nach dem Film, auf jeden Fall. Ich finde, den kann man schon gucken, aber da muss man erklären, da muss man erklären, was da passiert. Ja. Ja. Ja, also Null finde ich auch schwierig. Mhm. Dafür ist er wirklich ein bisschen zu, ja, wie gesagt, die Thematiken passen nicht für so ein junges Kind, finde ich. Okay. Sollte, also, in drei Jahren sollst du dich ja nicht mit beschäftigen, dass die Mutter stirbt irgendwie und dass, dass man irgendwie alleine ist und weiß ich nicht. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, Daumen nach oben. Nice. Das ist mir sehr, sehr gut. Das ist schön. Und kann dich auch streichen. Haken dran. Ja. Der nächste Film, den du von mir bekommst, stand auch auf deiner Liste, auf deiner Watchlist und ich war ein bisschen verwirrt. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, hoffentlich war wieder kein Fehler. Ich hab extra nachgeguckt, aber wir hatten schon mal was von dem Regisseur bei unserem Podcast und das wundert mich, weil du das eigentlich alles nachholen wolltest. Achso, ja, okay, ja, nee, ich hab ja noch zwei offen. Ich hab meinen Lynch-Sharton ja noch nicht beendet. Ja, geil. Mir fehlen noch, wie du mir gerade gegeben hast, Mulholland Drive. Nice. Darf ich gucken? Der fehlt mir noch und In the Empire. Okay. Das sind die letzten beiden. Ich hatte ja, also, das hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, ich hab ja Lynch-Sharton gemacht, ich hab alles von David Lynch nachgeholt, eine Chronologie quasi von Erscheinungsdatum her und ich hatte als letztes halt Twin Peaks, ja, alle drei Staffeln geguckt. Ah, okay. Da haben die mir quasi, die haben mich quasi, ja, genau, die haben mich quasi einmal aus der Filmreihe quasi rausgeworfen, weil die halt ja alle vor, beziehungsweise die ersten beiden Seasons kamen ja vorher und die habe ich dann direkt auch mitgeguckt, natürlich, deswegen, ne, macht ja Sinn. Ähm, ne, ne, du musst auch so lange warten. Und deswegen, ich darf jetzt 25 Jahre angucken. Ähm, und deswegen hatte ich halt die quasi Filme pausiert und deswegen, ich hab's noch nicht geschafft, wieder einzusteigen, aber genau, die beiden Filme noch, Mulholland und Inland Empire. War ja auch, war es vom Empire die Liste der besten Filme ab 2000 auf Platz 1? War ja auf 1, ja? Mulholland, okay. Zumindest auf irgendeiner dieser Kunde. Aber Mulholland soll ja noch quasi, also in, in Lynch, in Lynch-Universums-Gedanken soll ja noch halbwegs guckbar sein, ne? Ich hab ja, ich hab ja halt nur immer gelesen, aus Inland Empire soll ja wirklich der komplette ... Der hab ich ja auch noch nicht gesehen. Da gibt's ja gar keine Hand und Fuß mehr. Selbst bei Mulholland Drive musst du dich danach ins Internet stürzen. Na gut, das hab ich aber fast bei jedem in den Filmen gemacht. Ich kann dir nur sagen, no eye bander. Und dann weißt du Bescheid. Okay. Wird gut. Hab Bock. Naja, aber das haben wir aber vorher zum Beispiel auch bei Lost Highway haben wir das auch alle gesagt. Und da fand ich nachher wirklich die, die, die Metaphern eigentlich sehr, sehr deutlich. Naja, wenn du weißt, was eine Möbius-Schleife ist, dann funktioniert das alles schon besser. Genau. Ja, wirklich, ist also. Das wusste ich mit 16 damals nicht. Ja gut, das stimmt. Das wusste, ja, ja, okay. Ja, klar, hätte ich ihn damals gesehen, okay. Aber ja, genau das. Wenn du eine Möbius-Schleife kennst, dann weißt du, was will, dass Lost Highway funktioniert. Genau. So, deswegen. Aber klar, auch da habe ich auch noch eine Analyse nachgeguckt, weil ist halt, wie sieht man mal hier an? Wobei Lynch ja selber immer im Interview sagt, hört auf, meine Filme zu analysieren. Dafür sind die nicht gemacht. Echt mal, die sind da, um zu fühlen. Ja. Lynch-Interview ist auch das Beste. Der hat so geile Story, ist der Mann immer. Er ist auch mega abgefuckt. Einfach krasser Typ. Ja. Ja, bin ich gespannt. Freue ich mich. Jetzt kann ich sogar noch über einen Lynch-Harton-Film im Podcast reden. Bitte, bitte. Bevor ich alle weggeguckt habe. Weißt du, hast du deinen Lynch-Harton schon mal weitergemacht? Hast deine Watchlist abgearbeitet? Hast einen der besten Filme des Jahrtausends, des Jungen gesehen? Laut Empire. Nicht nur Laut Empire. Siehst du das auch so? Schwer. Überleg mal, ich gehe zum Schrank. Ja. Ich überlege währenddessen laut. Ich möchte ja auch nicht zu viel vorwegnehmen von der nächsten Ausgabe, weil es ist, ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Film. Aber dazu dann einfach beim nächsten Mal mehr. Es wird ganz leise ein Film aus dem Regal gezogen und drüber gebracht. Was ist? Oh, geil. Ja. Bisschen 90s. Ja, es ist noch 90er. Mit einem. Mit allen. Mit allem, die in den 90ern hot waren. Unter anderem Asher, oder? Ja. Geil. Und Elijah Wood. Ja. Und Josh Hartnett, das ist es, ne? Wer jetzt noch nicht weiß, worum es geht, Regie Robert Rodriguez. Oh, ja. Es gibt einen Faculty. Der Faculty. Einer der wirklich, einer der 90er-rücksten Filme aller 90er-Filme, wirklich. Der Film ist so komplett. Der ist 90er mit inklusive und dann halt plus Rodriguez Liebe für so eben, ja, so Body Snatcher, 70er, 80er Horror. Ich möchte nur die Tagline vorlesen, die alleine, die macht schon richtig Bock. Sieben Schüler, kurz vor Abschluss ihres Lebens. Und im Hintergrund das Phantom-Oper. Ich liebe den Film. Ich habe den letzten Mal geguckt, tatsächlich auch. Ich finde den so großartig. Robert Patrick spielt auch mit, geil. Ja, genau, Robert Patrick, der Lehrer, und Selma Hayek. Und Femke Jensen. Und Femke Jensen, genau. Wirklich alle drin. Mega. Ja. Ich habe richtig Bock. Da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Kann man den mit Leuten gucken, die keine Horrorfilme mögen? Ja. Weil der hat so das Ende so ein bisschen, aber sonst ist der eher, jeder Versuch eines Horrorfilms wird sofort in irgendeinem dummen College-American-Pie-Spruch erdrückt. Der ist halt wirklich genau so ein Zwischending zwischen dummen College-Humor und Horror oder so. Ja, Horror. In Anführungszeichen. Ist halt Teenie-Horror. Kann man schon gucken mit. Da hat er genug auch dumme und lustige Szenen. Ja, geil. Wird gut. Ja. Hab Bock drauf. Bin ich sehr gespannt. Der ist einer meiner. Weißt du, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, so, welche Klassiker könnte man ihm mal wieder geben? Und 90s Horror. Oh, super. Warte mal auf. Irgendwann hole ich dich auch nochmal richtig durch. Ich will dir ja Gutes tun, weißt du. Deswegen nimmst du mir Faculty und Anaconda. Zwei meiner liebsten Filme aus dem 90er, was soll ich sagen? Gelten auch generell als Kanon-Klassiker. Also es sind auf jeder Top-100-Liste. Ja, gehören auch drauf. Ja, definitiv. Zusammen mit Con Air. Apropos, falls man es noch nicht gesehen hat, man kann bei Twitter für unsere nächste Sonderfolge abstimmen. Genau, wir haben bald wieder Jubiläum. Ist, ja, 25 halt, ne? 25 Folgen, genau. Ist bisher recht eindeutig, möchte ich meinen. Ja, ihr könnt voten. Wir machen, wir machen quasi zwei Filme, die wir beide nicht kennen, wer es noch nicht gesehen hat. Du kannst ja einmal, ich hatte ja auch so ein bisschen Spaßeshalber drunter geschrieben, so ratet mal von wem, welcher Film kommt. Achso, ja, genau. Sag mal, von welchen beiden Filmen du dir ausgewählt hast. Genau, und zwar habe ich einmal gewählt Forgotten. Das ist ein koreanischer Thriller, der sehr, sehr gut sein soll. Gibt es aktuell auf Netflix. Wäre schon mal reingucken. Ja. Oh. Der ist auf Netflix. Kennt keine Sau, ist auch nicht auf der Startseite oder so. Nee, nee. Und Gehirn. Was war es denn überhaupt? Der SM-Film. Währenddessen kann ich ja schon mal sagen, welche beiden Filme ich gepitcht habe. Ja. Aus meiner Liebe für Abenteuerfilme heraus und generell wollte ich ja mal ein paar ältere Filme nachholen, habe ich Sindbats siebte Reise vorgeschlagen. Und. Achso, Duke of Burgundy. Ja. Hatte ich noch. Und weil, deswegen kam er jetzt auch drauf mit, äh, mit bester Filme aller Zeiten und so. Ich war verwundert, dass du den auch nicht kennst. Citizen Kane. Citizen Kane, ja. Nie gesehen. Nie gesehen. Und, ähm, man kann es ja schon mal sagen, bei über 100 Votes, ähm, führt Citizen Kane ein bisschen. Mit insgesamt 58 Prozent. Man muss aber auch dazu sagen, finde ich jetzt einfach mal, äh, es ist halt der namhafteste auf der Liste. Ja, ja, klar. Aber ich hatte dir ja meine beiden Filme, äh, vorweggeschickt und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, dass du zwei doch eher No-Name-Filme kennst. Forgotten kannte ich auch nur über Letterboxd und Duke of Burgundy kann ich bisher noch gar nicht. Ach, krass. Also Duke of Burgundy, den Namen, finde ich, halt mal ständig. Okay. Den wollte ich halt einfach auch mal nachholen. Ja, aber wie, ja, klar, waren eher zwei, zwei eher Geheimtipps gegen zwei Klassiker halt, ja. Ja. Aber gut, ist ja auch völlig egal. Dafür ist das Ganze irgendwo gedacht. Ja. Ja, und Citizen Kane, freue mich, habe ich gesagt, ist ja auch. Müssten wir dann eigentlich auch zusammenschauen. Ist ja auch mal Pflicht, glaube ich, ne? Ist ja ähnlich wie Dings. Ich kenne ja auch zum Beispiel hier, ähm, M, immer noch nicht. Eine Stadt sucht einen Mörder. Den gibt's auch gerade auf Prime übrigens. Oh. Den gibt's auf Prime Video gerade. Wo lief die Serie? Sky, oder? Äh, mit, mit, ähm, BLAB. Das ist ein Thema heute bei uns. BLAB ist ein Thema. Äh, die weiß ich gar nicht. Also, gibt's ja schon noch Blu-Ray. Wo lief die denn? Weiß ich gar nicht. Lief die Sky? Wahrscheinlich. Boah, aber irgendeine, irgendeine, eine dieser absurden Anbieter, die zwei Leute in Deutschland haben, so T-Online oder sowas. Ja, und dann wundern sie sich so, das lief gar nicht. Hat keiner geguckt. Das ist ja herrlich. Ja. Verstehe ich gar nicht. Ja, jedenfalls ab auf Twitter, add Schaubefehl und dann könnt ihr da noch voten. Und ja, damit wären wir am Ende. Genau. Nächstes Mal gibt's dann 90s Teenie Alien Geballer. Gegen Lynch. Gegen Lynch. Gegen Lynch-eskes, wie nur Lynch-esk sein kann. Ich bin extrem gespannt auf den, ja. Wird gut. Ob Empire recht hat, das erfahren wir nächstes Mal. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. Well, it's a hot corn, cold corn to bring a longa damage. On a hot corn and cold corn to bring a longa damage. On a hot corn and cold corn to bring a longa damage. On a farewell Uncle Bill. See you in the morning. Yes, sir. Bis zum nächsten Mal.